so dass ihr schlitziel richtung da gewillt jetzt mal rum hier ist alles zu hier geht gar nichts mehr und hier sind jetzt die anderen ihr seht auch thomseland hier ordentlich vertreten und bis da ganz hinten ist alles zu da läuft gar nichts aber seine fähre ist noch nicht zu sehen wer weiß ob er sich noch einen anderen plan jetzt hat die fähre müsste eine viertel stunde hier sein aber man kann noch keine sehen und jetzt sind auch trecker die kommen direkt am deich unten links da sind ganz viele links gefahren seht ihr jetzt hier da unten am deich die polizei hat ja erstmal abgesperrt aber jetzt kommen die da jetzt kommen die direkt und da unten ist so ein einsamer polizeibus und versucht die jetzt da zu sperren die sind ganz schön könnt ihr vielleicht sehen aber es kommen immer noch mehr mehr fahrzeuge könnt ihr hinsen sehen immer noch weil hier ist ein städtchen gar nichts aber eine fähre ist noch nicht in sich